Hallo liebe Schachfreunde, ich möchte euch heute die neunte Aufgabe stellen. Sie stammt aus einem Turnier, an das ich mich sehr sehr gerne erinnere. Ich habe im Jahr 2001 23 Schnellschachpartien gespielt und in diesem Turnier wurde ich mit einem gewissen Abstand letzter. Aber das war gar nicht schlimm, denn meine Gegner hatten Elo-Zahlen von 2200 bis über 2500. Den ein oder anderen Akzent konnte ich setzen, so auch hier gegen den Veranstalter, den Fiedermeister Dirk Paulsen, in dem ich nämlich mit den schwarzen Steinen hier ein Remis erreichte. Schaut euch die Stellung mal an. Das ist also die Stellung, die ich als Schwarzer gegen Dirk Paulsen erreichte. Ich habe zwar hier einen Freibauern, aber der weiße Turm ist gut postiert, da kann also eigentlich nichts passieren. Im Gegenteil, weiß droht mit dem Bauern nach G6 zu ziehen und Matrohung aufzustellen. Und das heißt jetzt also für schwarz schnell zu handeln. Und das ist die Aufgabenstellung, schwarz zieht und erreicht ein Remis. Zur Angabe der Lösung muss man so etwa vier bis fünf Züge aufschreiben und danach einen kurzen Text, warum es dann Remis ist. Ich habe das Turnier sehr genossen. Deshalb gibt es jetzt auch ein passendes Getränk. Ich genieße jetzt nämlich ein wunderschönes Glas Rotwein. Es gibt ja viele Weinexperten, die müssen ja erst schmecken oder zumindest dran riechen, um etwas über den Wein aussagen zu können. Denn ich bin da ganz anders. Ich brauche nur einmal kurz hinschauen und weiß sofort, ob es sich um Rotwein oder Weißwein handelt. Es grüßt euch. Ab Quark!